so das war der die ich abgeschossen habe damit ist er im Gewalt das ist so was und bei der Post wir brauchen meine Verstärkung wir müssen auch erst mal Eis erhalten aber ich hab's dann gekehlt jawoll ein Kill endlich mal wieder verbracht und noch sieben welche denn welche Waffe GR 22 ja die ist eigentlich nicht gut jo die muss ich jetzt hörten jetzt erstmal nicht hörten sondern spielen ja aber dann musst du auch Kisselwache mache ich auch heute ne machst du nicht nein ich hab dich getrunken es hat mich auch in der Heat oder so irgendwas getroffen so jetzt komm wie das hat die du Eisler das hier bei Eisler ist ganz rechts ja 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 weil man ist auch gut action und so langweilig ist es mir nicht ja keine Punkte mehr darum kann ich nicht und das Lightning da hinten ja den Lightning hat ich gleich gegeben aber jetzt kommt die Mossi auch noch und die anderen ganzen Leitlings Leitling a wie ja das gefällt mir nicht dass ich einfach null Cover habe und überall Bosse ist und Leitlings und Ballade das ist doch behindert ich hab keine Punkte des Problems ich hab keine Lust mehr ich hab kein Problem ich werde die Graf Weltreden aber verkacken und schon wieder da und was doch die hinten die auf der ersten Leitling der Sprenger immerhin der Aufnahme so schlecht bis in 50 plus Nieten Alter was ist es o es schießt ein weiterer ich sehe aber nichts mehr ob ich wobei doch alles wird auch irgendwie Staub Staub ja Schnee Staub zu Staub ja ich weiß schon was du meinst Mürre Dreck ja nur noch Mürre und Dreck um mich haben bist du der Sunny hat eins das Schild jawoll der nächste Tod Poppel käme gegen Poppel aber ich hab ihm drei Panzermine druntergelegt jawoll aber ich würde erschaffen explodieren die Hürde ja sobald er sich bewegt oder da jemand drauf schießt aber da stehen schon zwei Wengas dahinter die Wenden ja wohl zerlegt bekommen Wo kam der jetzt her? Markus wollen in Harry ziehen hier? Zwei Kills gemacht ihr glaub ich sollte nämlich gehen also wenn ihr Langerweiler habt kommt dir rüber zu Mani das wird jetzt ziemlich hart genommen ne wir gehen sagt so bloß wenn ihr Langerweiler habt wir bleiben eiser ja ein Deffen der Zweikomanchen der hat gesagt wir brauchen nicht oh da ist einer wir brauchen das wir brauchen das ja ich hab keine Karte geguckt äh da kommt noch einer was ist denn der? was ist denn der? wo ist der hin? hier meine wo ist der hin? ich bin kein Kuh ich bin kein Kuh der ist reingerannt ins Haus ja der kam wieder raus so das war der den ich abgeschossen hab damit ist er im Gewand ich hasse es eigentlich so lass erstmal A-Punkt holen glaub ich das ist wichtig aber ist der einzige schwul diese Waffe tragen kann das ärgert mich ein bisschen oh feindliche Max-Einheit ok wir verlegen jetzt mal ein paar Maxes Max down Max 2 am Dach oh ich brauch Leben ja ich komm ich komm ich bin Inginator ich kann euch Ammo geben das ist kann ich hab ich auch schon jetzt am Ammo oh Max so da oben ist der Max so oh ich wurde von weggeslipten ja auch Mini-Chaingun hat einer alter richtig hast du nein jetzt wieder weggeslipten ich hab mit dem TMG gekillt alter was bitte für du Ries die hacken dich halt ab ach du Scheiße ich weiß nicht wo ich die Granate hingeschmissen habe ja gut ich dürfte einfach wieder Kanaten ne stirbt der jetzt endlich mal ich hole die Max lieber das mal nein hol doch nicht die Max ich sterbe doch lieber selber einfach Kanaten oben wenn es da rein selber ich soll irgendwas bringen ich soll irgendwas bringen aber irgendwann hilft's das will ich so noch vier dann ist die erste Abzeichnung erledigt guck mal wie viel wir heute schaffen von den Abzeichen die NSG-S das wird schwer eben 6 wird auch schwer die Max wird gegen gerappt das ist das Problem ja und ich rette unsere Max gegen die mit Doppel-Shotgun reingeht also wir haben gute Schausse der den W-Soldat-Kämpfe geht ja vorhin die Fresse Leute ich soll davon kämpft härter und Max ist dann ja und unterweckst das nicht gleich glaube ich richtig der die abzutaten und kaputt hat mich keiner vorhanden neben hatte der nun schon wieder tun und wieder keine leben im spiel er kam hat mich kaum an was er so zu machen ich habe kaputt verstanden warum kann ich nicht weiter aber seitdem ich kaputt 9 von hinten wieder so ich sehe dich aber ich weiß nicht wo du da erhebe ich bin da ich bin da ich bin da ein prozent hat er nicht gekillt mich hat er sich ich komme ich komme ja das sind zwei Jahre habe ich eine Ahnung er sagt mir sie kommen nicht durch die Tod in einem händler ich so laut geschossen mit entdeckung gehört dann mit der anderen wie einen Schuss gegeben und nicht damit gekillt aber es ist auch mal geile pop 3 30 prozent von jedem kontinent pop ja das ist fast immer so beim alarm ausgeglichen ja so war immer alarm wir müssen noch die base kriegen das empfiehlt mehr komm schon rappt jetzt diesen scheiß a punkt ich muss hier wiederbeleben wir müssen da leichen liegen von unseren so haben wir jetzt alle gemessert wir haben aber die franke wieder mit einem sunday hinterm berg ich brauche heilung und da wüsste wir haben einen in der garage und eine hinterm berg auf orange smoke der fährt weg weil ich jetzt im buch auf ihn gesetzt da weil er bei mir dann wäre es zu tun 3 2 hier ein Schuss ein Schuss gibt er ich hab Schild und alles und gibt mir einen Schuss verdammt der ist scheiße hier das was wir haben das ist das war ein paar dann ja nein schwer oder irgendwas für die Schmerze wenn ich nicht gewonnen hätte haben wenn du doch alles passt wenn es angucken guckte die dritte folge ist Minute sieben an da er ist ein einschuss bin tot oder sagt gelägt was auch aktuell bei Serverstandards hier ganz normale oder ist nur noch aber er hat er nicht getroffen mit Panzerbrechen dass die nächste wird das sind ganz viele Lips ja auch alle Reiter nein da kriege ich nicht doch jetzt hat die Bossi getroffen so habt ihr oh hat Panzerbrechen fickt euch macht es mal weg hier da waren zwei Sandys glaubst du dass du wirst wieder als Sunny wirst du auch schon beschossen normal sind Sunny abends Sunnys Immunität du Affe da oben in keinem Krieg werden die Täter beschossen nein jetzt habe ich so ein scheiß Harry brennend geschossen aber der kippt mich trotzdem sind einfach zufällig kompliziert war auch bei bei eiser mit Panzer ach so ihr habt die da hinten schon gerabt wir raben sie gerade zurück sie sind immer noch ziemlich vertreten hier zwischen den Bergen zwischen den Felsen bekämpfen sie sich wir müssen sie da raus einzeln raus jagen oh da ist noch unser ja wir haben gerade gefunden lassen wir Rhyme Analytics danach säten ja jetzt machen wir erstmal den Sunny wieder weg ja könnt ihr Analytics Rhyme Anal ah Mist naja gut ich glaube den Sunny kriegen wir ich kriegen wir denn da ist auch noch eine Galaxy Galaxy ach du scheiße hat keiner C4 oder sowas dabei jetzt kommt ne Mossi macht mir weg Mist 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 schafft ihr das Markus oder bist du noch da oben am Leben bin tot gut dann gehen wir zu Rhyme spielst schon eine halbe Stunde Sunny und kriegt nicht mal 10 KS mit dem Sunny zusammen das ist super auch mal mit deinen Lapp hellen zwei brauche ich noch